weil jetzt kommt es zu einer weiteren folge an gespielt habe ich brauche ich nicht keine mulli oder so was dabei damit so wie lange schon mehr gespielt habe nein das ist die kacke huiiii und der ist daun m oh da kommt keiner weg mit dir Taschenbar hab ich schon brauch ich nicht ja ist nur Müll oder dafür hab ich mich irgendwie durchgekämpft oh halt sterbenkack zu mir weg mit dir nein rennen mhm alles klar du bist das Spinnennetz das leider ist ja gar nichts drunter bestes Haus schon mal da ist noch ein von mir mehr zu mir erster Hit zweiter Hit und dritter Hit au ne jetzt ist es da kacke fährende dich brauchen wir nicht mehr mit dir hammer und den ich mit weg damit nein ja nein nein eigentlich gehen die alte maus hat so eine richtig kleine mausempfindlichkeit alter habe ich so lange nicht mehr gespielt alter ist das mausempfindlichkeit mhm hake brauche ich nicht hab ich mich auch nicht weg hier wo es mal schneller um hier wirst du es stärker mehr geklärt zum ehemal alles sinnvolles wow ich will doch noch ein Ding geh weg ich brauche die Bank drinnen ist irgendwas gutes drinnen na gut das sieht doch gut aus Mission komm nicht mit wird man aufreißer Ziele das ist schon mal gut sieht doch gut aus kommt nachher mal weg dann kommt das da hin schlag doch das ist schneller ok doch noch da trinkt los das sind so viele tausende Zombies ich steh im Kopf zu mir nein ich geh so in F Alter das 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 ne 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 doch er hat es nicht und mit das brauchen doch irgendwann mal ich will nichts brauchbares ich steil nein das das f doch nicht der ist da und so ist irgendwas nützlich drunter hier für ihn würde ich kann nicht weg gehen doch kater wo bin ich die kaufeln da oben gut müssen das heißt ich fand welchen stimmten Nürnberg schmutzten die Stimmung die Richtung jetzt muss Schau zu ließen hmmm nee da muss ich nicht hin Ok, ich weiß, was ist ein Fahrer. Auf wenn ich damit Pech habe, sofort sterben könnte. Nein! Nein! Down. So, einfach irgendwas mit dem Neuköll. So. So, Deathstone. Gut, ich muss oben zeigen, was Gutes ist. Nö, jetzt nichts Gutes hier. Dann gehts weiter. Dann brauch ich da auch nicht kurz zu gehen. Dreh in den Müll drin ist. Müssen wir platzen. Nicht hau. Nein. Nicht hau. Nicht hau. Ja. Und hier ist nichts Gutes. Das dann. Da ist noch eine. Messer habe ich schon. Ein bisschen kleine Muni nehme ich gerne mit. Hier auch. Leider habe ich noch keine Waffe dafür. Ich habe schon. Ich habe schon. Ich habe schon. W Attacke kam. Das war's. Ein bisschen. Das war's. Und jetzt? noch mal Munition, ich hab immer noch keine Waffe dafür schlug doch so endlich das ist immer für sie von mir schon alles durch hier nicht, nehm ich doch gerne mal mit ok, die Mühlze brauche ich Noch eine Gande jetzt. Z.B. den Schalldämpfer drauf packen und das drauf packen. F.H. drehen und hinten rausfahren. Oh nein, ich musste ja... Kacke. So, dann bedanke ich mich fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. Kacke. Kacke. Kacke.